ja hallo leute ich bin euer charlie ja ich drehe doch noch ein pilze schon heute mensch flöchen da hinten du alter trüffelhund der sieht dahinten schon die stegs auf der weide stehen na ja gut also wir gehen heute noch einmal in die pilze wir haben dabei hier den axel dann ist der felix dabei und der panna mit einem sehr optimistischen roten eimer und hier gucken schon die kühe ja das macht schon richtigen spaß wir gehen jetzt hier erst einmal auf einen forstweg in den dammloser wald so dann bin ich hier schon mal in diesem wald gegangen die anderen hirsel sind etwas weiter oben aber mir kommt dieser wald hier sehr höflich vor ja hier bin ich gerade einen ganzen busch voller stock schwämmchen und das sind die echten wieder ja hier habe ich ein steinpilz schönes teil ja das verrate ich den anderen puzzle lacken aber nicht dass hier steinpilze wachsen ja so schön hier schöne steinpilze da wächst auch noch eine ja da kommen die waldläufer wir haben ihre eimer auch schon voll luft ja hier steht eine batterie weißer knollenblätter pilze ja hier stehen auch steinpilze und dahinten da steht ein wirklich schöner den kann man so mitnehmen den könnte man so weg pflücken die hier stehen die andere puzzle lacken laufen durch den wald und finden ja das ist ein erster steinpilz da hier wachsen birnenförmige bovistern einen spaumsturken das ist eine ziegenlippe ja hier sind schöne steinpilze auch und hier hinten wieder ein riesensteinpilz und der hat gute 40 cm wenn er nicht größer ist nehmen wir dann hand drauf panna nicht also das ist keine kinderhand die da drauf packt ja leute ich habe euch schon mal vorgestellt die riesensteinpilze vom dammloser wald habe hier ein und der ist wirklich ja 50 cm damit das mal glaubt wir lassen wir jetzt hier zum aussporen weil mitnehmen können wir den nicht mehr rede ist schon weich da hat die blocky kommen wir wissen doch steinpilzonen oh nein nein das ist was anderes das ist ein heimbuchen röhrlinge das in heimbuchen röhrlinge die sind absolut spitze hier was ist das hier nicht ja und hier das ist eine rotkappe die nehmen wir natürlich auch mit also es ist so viel pilze da dass wir wohl alle die einmal voll bekommen ja hier sind täublinge und das dürfte die essbare variante sein dann nehmen wir auch welche vor mit wenn die milch schmecken ich mache noch die teuflingsprobe und dann nehme ich sie mit wenn sie gut sind ja und hier wieder schirmlinge ich guck mal eben nach was das zu einer ist parasol wird natürlich mitgenommen hier wachsen wieder birkenpilze wir nehmen natürlich mit hier ist ganzer haufen fliegenpilze und das sind gold fröhrlinge sie können ruhig mitnehmen aber nimmt die klein nicht die große charlie tritt die ganzen dinge kaputt ja so ist das partner wenn man mit dem meister unterwegs ist der meister der weiß wo die pilze sind ja das sind lilla lacktrichterlinge so ein paar stück dabei tun das sieht doch schon giftig aus da sind die recken fleißig am sammeln das sind vorlinge ja die recken durch den wald tapern so hier sind noch birkenpilze pan hat alles überlaufen und die rufen schon wieder nach mir weil sie nicht wissen was sie machen sollen ja hier im sonnenlicht eine marone der ist mir gerade aus dem rucksack entfleucht weil er gerne pipi machen muss die beiden hier machen eine kleine rast und der kleine hat angst dass er sich verlaufen hat und schreit nach dem navi aua 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 ja hier könnte noch was beipassen das ist der eimer des meisters das ist der eimer das ist hier der eimer von dem ausländer hier vom panner ja hier habe ich noch einmal diesen tintling den ich schon in meinem letzten film gezeigt habe dank euch leute weiß ich jetzt auch was das ist ein specht tintling und er soll sehr selten sein in deutschland na gut eine kolonie kleiner schwefelköpfe da hier finde ich keulen wald keulen weil natürlich jetzt nicht wie die genau heißen aber das sind keulenpilze also die schätze ein dass die sehr selten sind und deshalb lasse ich diese spiel zu stehen ich nehme einen mit zum bestimmen aber selbst wenn würde ich die niemals mitnehmen wollen herrlich wie die goldschuldigen wucher ja hier wird jetzt fleißig noch den hallimash abgeerntet mit dazu gestoßen ist auch die britta und der peter da ist der peter ist richtig schöner wald hier und es gibt hier so viele pilze ja so langsam muss ich wirklich sagen geben wir auch die puste aus wir müssen gleich noch die ganzen pilze sauber machen aber nun ja suchen wir noch ein bisschen ja hier stehen noch ein paar schöne steinpilze aber nicht mehr lange dann wandern die auch in den eimer ja leute so langsam wird es dunkel und wir tapen immer noch durch den wald aber ich denke dass wir gleich feierabend machen hier ja da sind ein champignon und dann nehme ich noch eine kleine ziegenlippe kaputt ja da war es beschließen ja wir haben jetzt vier eimer pilze so liebe freunde das war's wieder ein pilze für mit charlie ja wir haben auch gut trüff trüff gehabt wir haben also gut gefunden vier eimer pilze gut wollte heute keinen machen aber nun habt ihr trotzdem einen am hals ich wünsche viel spaß damit und sage tschüss bis zum nächsten mal euer charlie bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal